Dies ist der Anfang vom Ende. Was treibt diese Leute an und wer steckt hinter den Profilbildern? Es gibt tatsächlich sehr viele verschiedene Trollarten. Ja, also ich bin schon eher nachtraktiv. Tagsüber werde ich meistens gar nicht so richtig wach. Wir stiegen auf, gingen zum Bug und wollten die Aussicht genießen. Doch mit jedem Meter, den das Schiff voranfuhr, drangen wir in immer dichter werdenden Nebel ein. Und dann hoben wir unsere Zeigefinger, führten sie zusammen, bis sie zu einem verschmolzen und gemeinsam drückten wir Enter. Die Aufgabe war eigentlich oft so einen Streit herzustellen mit anderen UserInnen. Ich hab dann nen Shitstorm abbekommen. Ich bleibe lieber anonym. Ich bleibe lieber anonym. Ich bleibe lieber anonym. Ich bleibe lieber anonym.